k wie ein Alien der einen Film gesehen hat wird wissen wovon ich spreche ist das geil ok komm mal her ist das geil ok das war es nicht den haben die Eiern gepackt ok dann steuern wir den mal ein bisschen rum lalalala durch hier so eine Eier kleiner Bug nehmen wir mal die Waffe ich hab ihn ins Herz geschossen zwei Waffen warum nicht nimm das mal auf oh ich kann die Autotür nehmen sehr schön die kann ich sogar werfen ihr werdet das nicht überleben ah nur mal hier die Autotür wieder Gott ich hab gar keine Munition mehr oh ist schon da oh mein Gott Weltschein unterzugehen wow was ist das denn für ein Freund das war eine dreckige Lache ich habe einen Staccato er ist hier die Autotür die Autotür die Autotür die Autotür die benutzen coole Sache dann kann ich natürlich Sachen aufheben hier kann ich so lustig schleudern und angreifen ich muss sagen der Grafikspiel passt wirklich sehr gut zum Spiel Fluch Fluch 300 Relikt also muss ich ausschalten für Relikt sehr gut drücke L und dann zu springen ich kann meine finsteren Kräfte verbessern Talente kaufen ok dann schauen wir mal was verfügbar ist hier mit der Essenz der Finsternis die er durch das Töten von Feinden bekommt kann Jackie neue noch mächtigere Kräfte freischalten kaufe jetzt das Talents Herzfresser oh ich wird sogar gezwungen das zu kaufen naja gut so können wir Gesundheit wieder herstellen also sollten wir das auf jeden Fall kaufen ok 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 ich hab noch 470 Punkte die ich so verschludern kann das sieht mir aus wie der Waffenbaum gesunde Hinrichtung hey was haben wir da greife verwunderte verwunderte verwundbare Gegner und drücke A für eine gesunde Hinrichtung regeneriere etwas Gesundheit könnte hilfreich sein coole Sache ja machen wir mal gesunde Hinrichtung finde ich auf jeden Fall schon mal sehr praktisch hat zwar arsch viel jetzt gekostet aber war es glaube ich das war glaube ich sehr nötig eigentlich ok kostet alles 400 kann ich nicht kaufen kann ich mir nicht kaufen sehr geile Sachen ok mehr Cent wäre wirklich eine gute Sache ok essen wir mal sein Herz mmmm lecker 26 Cent verfügbar ok dann mach mal auf ich weiß schon wie öffnen er kriegt einen Schock oh mein Gott es ist er gestorben was im Teufel haben wir hier Ah Nur der Deckel von der Mülltonne Dann komm mal her Sehr schön Achso, du willst aufgehoben werden Ah, den kann ich sogar noch werfen Sehr schön Kopfschuss Vielseitiger Killer Innerhalb von 30 Sekunden Na, dann komm mal her Essen Oh, der Kopf ging weg Mal schauen, wie wir andere Hinrichtung kriegen können Fertig gebaut Geh mal vor Mach mal die Tür hier mit Oh, Kopf ab Hahaha Ihr werdet wahrscheinlich noch viele Unsinn und Ars vom hören Weil dieses Spiel hat einiges zu bieten Ich kann ihn sogar noch mal aufheben Oh, wieder weg, Kopf ab Komm mal her Ja, tatsächlich, das geht Ich kann ihn töten Hebe mich ein Schlag um solche Geschichten Wenn ich den gerade festhalte Oh, gib mir mal dein Herz Okay, ja Logisch eigentlich Kann man noch ein Herz Sehr schön Sehr schön Ich denke jetzt mal hier rein Hier runter Oh, nein, meine OCI Ist der jetzt verschwunden oder was? Wann geht das Herz auffressen? Ah, dann kann man nichts machen Ich bin schon voll gespannt, was wir noch für andere Hinrichtung haben Bis das Licht zerstört ist Kein Problem Ich kann ihm nicht folgen Blöd Einfach mal die Lichter ausmachen hier Kann ich mir die auch greifen? Nein Das schießen wir aus Zack Da haben wir ihn doch Oh, ich stimme Licht, ich stimme Licht Take whatever you want Ich stehe schon wieder im Licht Na gut, dann muss ich die ausschießen Hier lang Look at that thing Take me down Take me down I'll bet you I want another chance Oh Anacunda Zack Oh, Herr Ich glaube, ich werde mal ein bisschen mehr meinen Namen benutzen Was ist hinten was? Kann ja nie vorsichtig genug sein Ich hab's gewusst Nur ein Relikt Das kommt doch gut Dann mal noch was Oh, Herr Herz Ich stehe schon wieder im Lichter, das ist so blöd Müssen wir echt aufpassen Oh Oh Das muss weh getan haben Wir haben mal die Shotgun Weiter geht's Müssen wir noch ein bisschen hier an die, ähm Steuerung gewöhnen Okay, schauen wir uns mal an, was wir für neue Talente kaufen können Sicher was Schönes dabei Bessere Hinrichtung Was haben wir denn hier? Sehr geil Doch sehr geil Kann ich nicht kaufen? Ah, ich muss jetzt den Baum verfolgen Das heißt, das wäre doch das nächste, oder? Dämonenheber muss gekauft werden Sehr schön, okay Na, jetzt kann ich das natürlich nicht kaufen Ich hab aber noch ein paar Talente Talentpunkte Boah, die sind extrem teuer Hm, ich spare mir den und werd auf den Baum gleich noch ein bisschen gehen Ich liebe das mit dir so umzuschlagen Ja Ah, Friss Aha, Friss Oh, ja Oh, da haben wir wieder Lächel Oh Alle erwischt Also vorsichtig beim Überqueren sein Oh man. Oh. Oh. Ich hab dich nicht mehr. Oh. Oh. Wo gehen wir denn jetzt lang? Erstmal ein paar Herzen. Darunter. Oh, meine Pistole raus. Oh, oh. Wow, Action pur. Tja, die sind wohl... ...hinüber. Ich werde neue Talente kaufen. Nee, dann kommen wir raus. Ah, so bleibt er kurz in der Luft. Ich kann ihn nach oben schlagen. Komm mal her. Lebt immer noch. Ja. Bis zum nächsten Mal.